Hallo meine Lieben mein Name ist Bennike Keben und ich befinde mich hier in meiner Küche. Der schönste Platz in der ganzen Hütte würde ich mal so sagen. Ich bin gerade beim kochen, heute gibt es was ganz ganz schnelles, weil wir kommen gerade auf dem Tonstudio, viel Arbeit und dementsprechend gibt es einfach nur Flammenkuchen und die überlegen wir uns jetzt selbst. Was ich ja absolut nicht leiden kann, sind Zwiebeln und Knoblauchschneiden und da möchte ich euch mal mein Lieblingsgerät zeigen. Machst du dann alles hier rein. Das Schöne ist, du brauchst wirklich nicht klein machen, einfach Zwiebel habieren, Knoblauchzehe kannst du komplett so reinschmeißen. Achtung! Tata und fertig ist das Ganze. So und so sieht das Ganze dann aus. Hier ist meine Mischung drin. Zwiebeln, Knoblauch, Schmand, Creme Fraiche und Gewürze. Je nachdem ihr das möchtet. Hier sind Flammenkuchen, Käse, Oliven, Salam. Während das Ganze jetzt im Backofen ist, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, wie meine Küche aussieht. So, das ist die Wohlfühloase. So fertig und guten Appetit!